Die wunderschöne Bar Babette ist eine einzigartige Institution und leistet einen wichtigen Beitrag dazu, diese Stadt zu einem besonderen Ort zu machen, der so viele Menschen anzieht und so viele Leute sich zu Hause fühlen lässt. Die Bar ist die einzige Bar im Umkreis des Strausberger Platzes. Diese Bar ist eine Anlaufstelle und steht in direkter Verbindung zu dem Ensemble der Ostmoderne mit dem Kino International und dem Café Moskau. Weil wir Orte für Kunst und Kultur brauchen, vor allem Orte, wo nicht der Markt bestimmt, was Kunst ist. Wir haben schon sehr viele freie Kunstorte in Mitte verloren. Die Bar Babette in Berlin ist der einzige Ort, den ich kenne, wo Künstler aus allen verschiedenen Szenen zusammenkommen. Diese Bar hat mich gut ein Viertel meines Lebens aufgenommen, mich finanziell und sozial abgesichert. Babette ist Berlin. Berlin ist Babette. Berlin ist gu istemierbar. Hzeni-Beruhr